Moin moin, ihr Schnüffler! Da bin ich auch mal wieder mit ner kleinen Runde Diablo 3. Ja, dann gehen wir auch doch mal wieder rein in den ganzen Spaß. Na los, Rinder. Ja, Keller der Kapelle von Wortham. Gehen wir auch mal da rein, in den Keller. Betretet die Höhen von Aranea, oberhalb von Wortham. Ja, machen wir es doch mal. Wenn das Spiel uns das mal zulassen würde, heute mal. Leid nicht, hab ich die ganze Zeit keine Probleme mehr gehabt. Na komm, fang dich. Fang dich. Ich weiß selber nicht, was das Spiel hier für Probleme macht. Ich hab keine Ahnung, was das soll. Vergil. Vergil. Vergil, Vergil. Vergil, was liest du da so komisch? Vergil, Vergil. Na halt, man sieht's, laden tut es ohne Probleme und so weiter und so fort. Da war ein Kreuzritt, ob Mönche allein 30% weniger Schaden als Dämonenjäger, Hexen, Thorn oder Zauber. Ja, und ich hab mich nie gesperrt. Geh mit dem Dämonenjäger. Na komm! Dann geht's mal weiter nach da oben wieder. Ein toter Dorfbewohner, der wohl nix aufs Tasche hat. Spiel bitte. Könnte auch mal eine Internetverbindung geben momentan, weil die hat mal wieder Probleme ohne Ende. Warum auch immer, die letzten Wochen schon. Hat das die letzten Wochen auch so die letzten zwei Wochen? Stimmt schon. Ich wollte doch sagen, ob das passiert. Ah, doofer Shad. Du Spinnen mögen alleine ungefährlich erscheinen. Doch ihre Anwesenheit sollte Reisenden eine Wahrheit sein. Hallo Wanderl. Ich verkaufe Tränke und Farbstoffe von hoher Qualität zu einem gefährlichen Preis. Ach, ich lache. Ihr lasst euch übers Ohr hauen. Ja, aber was hast du denn da? Nichts, was wir gebrauchen könnten. Nee, sorry. Kannst du selber behalten. Oh, da runter messen wir wohl. Die allgegenwärtige Spinne ist eines der ältesten und anpassungsfähigsten Wesen der Welt. Sie hat anscheinend auch eine höchst unpraktische Empfindsamkeit gegenüber Magie entwickelt. Bei Kontakt nimmt ihre Größe drastisch zu und sie zambert sogar selbst. Aufgrund dieser Gefahr rate ich dunkle Orte nach Möglichkeit zu meiden. Oh, wenn du was sagst. Ich kann vom Alchemisten. Oh, perfekt. Meine Herren wird mich nun annehmen. Ihr Blut und das meine werden schon bald mit einer Stimme singen. Wenn du das sagst. Komischer Einsiedler, du. Sind wir ganz sicher, dass wir durch diese Höhlen gehen wollen? Ja, wir müssen hier durchgehen. Ihr habt ja auch keine Lust hier durch, aber wir müssen. Gold Goblin! Gold Goblin! Gold Goblin! Alter, rauf! Schatz Goblin! Schatz Goblin! Weg ist er! Alter! Junge, du hast mal was Gutes zugelegt. Ah, komm, wir haben es gebrochen. Plus 34 Vitalität. Haben wir sogar noch nichts für. Zeig. Nee. 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 Manchmal habe ich das Gefühl, dass ihr nicht genau wisst, wo ihr hinwollt. Doch, das weiß ich. Ich muss nur mal meinen Loot nachgucken, du Spast. Ja, wenn ich nicht meinen Loot nachgucken kann, bringt mir das Spiel auch nichts. Was haben wir da wieder? Der Sammelradius erhöht sich. Oh, ein Ghoul. Ja, ein Ghoul können wir nicht leben. Für Leute, die Spendenangst haben, die sollten zwar lieber nicht hier rein gehen. Die haben Probleme. Ja, Junge, mach das Ding kaputt. Du hast heute schon eine Waffe von mir bekommen. Ah, eine Truhe. Die nehmen wir uns doch gleich mit. Und noch eine Armbrust. Brauchst du auch nicht, das ist wieder so eine Ehegartenhöhle. Die machen ja Schaden. Ich habe aber so eine Waffe von mir. Ich war nicht mit mir. Wow. Ich habe nicht genug was. Machen wir Schaden? Die machen ja Schaden? Die machen ja Schaden? Die machen ja Schaden? Ich reißere schon anschein- Okay, genommen. Werden wir immer mehr und mehr legendär. Danke. Leute, wo müssen wir denn? Lang. Okay, wir sind jetzt dann immer Sattgasse. Ja, mal wieder ein ganzes Part Höhe dazu. Ist doch geil. Ja, das ist ja immer Sattgasse. Sattgasse! Ja, ich mag den Spinn einfach. So, ein bisschen auffüllen wieder. Eiersack! Aua! Na, da schlupft mal nix. Ach, hier ist nichts lauter und so. So, wieder was. Boah, so eine Krüppelhöhle schon wieder. Ich hab gar keine Lust drauf. Kann man hier auch wohl verstehen. Was haben wir da wohl kommen? Legendärer Panzer 24 Geschick. Ehhhhhhhhh. 22... Ja, komm. Geht erstmal. Ich will nicht. Jetzt gehen wir auch nur so schnell wie möglich hier durch. Aber egal, so weit bleibt nicht aus. So was gehört halt mit zu Diablo. So was gehört halt mit zu Diablo. Und wer, äh, keinen Bock drauf hat, den... Für den ist das Spiel einfach gar nix. Dann muss man suchen. Ich beschwere mich zwar oft, aber... Ich beschwere mich zwar oft, aber... Naja... Ich beschwere mich zwar... Vielleicht mal ein Massaker wieder... Naja... Nicht genug Hass. Jaaaa... Dann füll dein Hass wieder auf hier. Lass ihn nicht verlangsamen. Dafür sind wir zuständig fürs Verlangsamen. So hier. Ist auch nix. Jaaaa... Das ist doch richtig. Ich bin das Vieh. Lass das Vieh jetzt sein in Ruhe, Kollege. Wir müssen weiter. Wir haben nicht viel Zeit. Oh, sie neigt sich wohl zu die Höhle. Es verbinden sich jetzt wieder sehr, sehr viele Wege miteinander. Das ist doch mal schön. Sehr schön. Also wieder auf alle Wege aufpassen. Nicht, dass wir die Krypto Ebene 4 wieder so nen Scheiß haben. Och Leute, lasst nicht. Ich tue euch nix. Ich tue euch nix. Und ihr tut mir was. Ist ja ne Geile zu tun. Naja. Vielleicht könnt ihr Zuschauer mir ja weiterhelfen. Und ich suche noch nen kleinen Android-Emulator für den PC. Jaaaa... Ob ihr da vielleicht noch nen gescheiten Wisst. Weil meiner Meinung nach ist mein Granada. Der will den wir nicht. Der hat den wir gerne wissen. Wir könnten ja mal versuchen abzudaten. Aber vielleicht könnt ihr ja gucken. Deswegen sag ich mal noch nicht, welch ich äh... Ich habe. Alter, was geht denn jetzt für euch? Schuppenrotz. Hab ich das gerade wirklich gelesen? Ein besserer Gürtel... 90. Jaaaaaa... Keine Ahnung. was das jetzt war ja ok, wahrscheinlich muss man da oben irgendwo hin naja wir werden es ja sehen wir haben ja noch ein paar Nütchen oh Mensch, halt die Schnauze spritzender Stamm alter Leute, was hatten wir hier für Namen? naja, ich weiß nicht, muss ich mir gleich mal durchlesen oder wenn wir zurück in der Stadt sind oh, was haben wir da? staubige Tosse Gold einst war ich einer von ihnen gewöhnlich unfühl bis ihre Stimme zu mir kam danach wusste ich wie ich zu dienen habe ich muss den töten der meine Herren bedroht und auch die dunkle Macht die sie geschaffen hat ich wurde ausgewählt ich brauche mehr Hass um das zu tun dies kann auch nicht geöffnet werden ich habe nicht genug Platz ich habe nicht genug Platz scheiße wie besser weiter haben wir sogar Level 17 gewonnen scheiße hoffentlich hoffentlich haben wir was Gutes dadurch bekommen will ja nicht auf jeden Fall ein bisschen Gold ja ne ja ja der Ring ne da haben wir ein bisschen naja ja da haben wir was Gutes mal angerichtet ah da haben wir den Fall doch meine Herren hat mich aufgenommen kommt näher du Schüder und schürt ihre liebevolle Umarmung Liebe scheint ja ein relativer Begriff zu sein ich bin wieder so viele gegen Alter ich bin mal scheiße ich komme hier mal gerade gar nichts runter so da ist die Höhle ja ne immer noch nicht doch jetzt hier sieht aus als wären wir hier drin nicht allein bitte helft mir es ist schrecklich sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper oh nein nein es ist zu spät ich kann sie hören die Spinnenkönigin kommt Spinnenkönigin? Hallo Königin wo bist du hin? wo bist du hin? wo bist du hin? dann wird der Partab mal ein paar Minütchen länger und bitte ich brauche ich brauche mehr was zu tun Tsch wir werden die Gerüchte zufolge ließ Erzbischof Latharbus bevor er starb Einen lautlosen Schrecken in den Höhlen nahe Leorix anwesend frei. Er hatte wochenlang an ein paar ungewöhnlich großen Spinnen experimentiert. Während dieser Zeit verschwanden viele seiner Diener spurlos. Die größte der Kreaturen führte später die anderen in die Höhlen. Und bisher ist niemand, der sich dort hineinwagte, je wieder zurückgekehrt. Doch, wir kommen da bald wieder raus. Ja, da bin ich dabei. Hallo? Spiel? Danke. Musst du die alte erst vorlaufen oder was? Naja, was soll sie mal machen? Als langsam sollt ihr den Part mal behenden, aber ich hab'n Bock da jetzt schon wieder aufzuhören. Naja, Leute, wie es weitergeht, seht ihr dann beim nächsten Mal. Also, wieder schauen, reingauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da. Also, tschüss. Tschüss.